Ich habe über die Gemeinsverwaltung unserer Gemeinschreibererfahrung informiert worden ist, dass eine Schiesserei in der Kronenspanne stattfindet. Im Moment war ich absolut sprachlos. Ich bin tief betroffen für die Angehörigen, die es betrifft, dass so etwas bei uns passieren konnte. Ich kann es nach wie vor nicht nachvollziehen, dass das so rausgekommen ist, dass so etwas bei uns passieren konnte. Es ist unverständlich, dass in einer kleinen Gemeinde, wie es bei uns ist, dass das passiert. Man kann es nicht nachvollziehen, ich kann mich nicht in die Täter hinein versetzen. Es ist einfach verrückt. Man nennt das mit grosser Betroffenheit auf.